Die Kronberger Fede führte die Freie Reichsstadt Frankfurt am Main im Städtekrieg des Zweiten Rheinischen Städtebunds im Jahr 1389 gegen eine Reihe von Adligen des Umlandes, darunter Ruprecht II., von der Pfalz der junge Ulrich V., von Hanau und eine große Zahl niederer Adliger wie die Ritter von Kronberg. Die Fede erlangte Berühmtheit wegen der Schlacht bei Eschborn, in der die Reichsstadt am 14. Mai 1389 die größte militärische Niederlage ihrer Geschichte erlitt. Vorgeschichte Die prosperierende Reichsstadt Frankfurt geriet im Spätmittelalter zunehmend in Konflikt mit den Adligen des Umlandes. Bereits seit 1344 besaß die Stadt durch königliches Privileg Ludwigs des Bayern das Recht, Bündnisse einzugehen und seit 1356 war sie zur militärischen Selbstverteidigung berechtigt. Die Anlässe für Auseinandersetzungen waren zahlreich. Landesherren wie Ulrich III., von Hanau versuchten ihren Einfluss in der Stadt zu stärken. 1363 konnte der Frankfurter Patrizia Siegfried zum Paradies die Hanauer Pfandschaft über das Amt des Reichs Schultheißen erwerben. 1372 ließ der Rat durch Kaiser Karl IV. für 8800 Guldenablösesumme das Schultheißenamt anschöffen, Bürgermeister, Bürger und Rat der Stadt Frankfurt am Main verpfinden. Zusammen mit dem Erwerb des Frankfurter Stadtwalls im selben Jahr sicherte dieser Schritt endgültig die Unabhängigkeit der Stadt von den regionalen Territorialherren. Grundlage der Frankfurter Außenpolitik jener Zeit waren die zwischen 1285 und 1374 immer wieder erneuerten Bündnisse mit den Wetterauschen, Reichsstädten Wetzlar, Friedberg und Gelnhausen und die regelmäßige Teilnahme an bewaffneten Bündnissen gegen Landfriedensbrecher aus dem Niederen Adel, dessen wirtschaftlicher Niedergang in dieser Zeit einsetzte. Viele Ritter der Umgebung wurden zu Überfällen auf Kaufleute verleitet, die zur Frankfurter Messe unterwegs waren. Daraus resultierte das sogenannte Raubrittertum. Die Stadt konnte auf zwei Wegen auf diese Bedrohung ihrer Interessen reagieren. Entweder nahm sie die Fäde auf und erwiderte die Feindseligkeiten oder sie nahm die Adligen in ihre Dienste, was oft als Mittel zur Beilegung längerer Fäden genutzt wurde. Entschied man sich für die Fäde, konnten die Maßnahmen von einfachen Überfällen Frankfurter Soldaten auf gegnerischen Besitz bis zu groß angelegten Strafaktionen mit der Erstürmung von Burgenreichen. In zahlreichen Fällen hatte die Stadt Burgen angegriffen oder zerstört, von denen Raubüberfälle ausgingen. Beispielsweise die Schelmenburg 1381, 82. und die Burg Bormersheim im Frühjahr 1382 oder Burg Tannenberg und viele mehr. Auch wurden Kopfgelder ausgesetzt, so schrieb Z. B. am 14. Juni 1377 die Stadt Frankfurt Belohnungen in Höhe von je 100 Gulden aus für die Ergreifung von Ulrich von Kronberg, dessen Söhnen Philipp und Frank sowie von Emmerich, Kobel und Henne von Reifenberg. Zuvor stattgefundene Vermittlungen durch den Mainzer Erzbischof in dessen Diensten Ulrich von Kronberg 1354 bis 1386 als Wiesedom stand, waren offensichtlich gescheitert. Diese Aktionen trugen jedoch oft zur Verschärfung der Feindschaften bei. Erschwerend kam hinzu, dass viele Niederadliege der Region durch Verwandtschaft, Gannerbschaft in Burgen und gemeinsamen Besitz miteinander verbunden waren und niemals einem Einzelnen die Fäde angesagt wurde. Zwischen 1381 und 1425 war Frankfurt in mindestens 229 Fäden verwickelt, was einem Durchschnitt von fünf neu erklärten Fäden jährlich entsprach. Viele dieser Fäden waren aufgrund der Bündnispflicht des Zweiten Rheinischen Städtebundes, der 1381 mit dem Schwäbischen Städtebund zum Süddeutschen Städtebund zusammengeschlossen wurde angesagt. Größere und kleinere Adlige hatten sich seit 1379 in der Gesellschaft mit dem Löwen zusammengeschlossen, die aber 1389 nicht mehr bestand. Im Städtekrieg hatte sich im Herbst 1388 die Situation Frankfurts stark verschlechtert. Nach der für die schwäbischen Städte verlorenen Schlacht bei Dörfingen im August 1388 hatten die Städte bei Worms gegen Ruprecht von der Pfalz im November eine weitere Niederlage erlitten. An beiden Schlachten waren Frankfurter Kontingente beteiligt. Am 16. Februar 1389 erklärten Ulrich von Hanau, Johann, Walter und Frank von Kronberg sowie Kuno von Reifenberg als Helfer des Pfalzgrafen der Stadt die Fäde. Bis zum 11. Mai erhielt die Stadt weitere 200 Widersagebriefe von Helfern der genannten oder des Pfalzgrafen. Von den anderen Mitgliedern des Städtebunds war keine Unterstützung zu erwarten. Verlauf, Vorbereitung und Kriegszug nach Kronberg Angesichts dieser ungünstigen Voraussetzungen blieb die Stadt nicht untätig. Die Niederbrücke bei Nied wurde abgebrochen und die Burgen in Bergen, Bonnems und Rödelheim mit Mannschaften verstärkt. Söldner zogen aus und brannten Wallau nieder. Auf der Gegenseite nahmen die Kronberger mehrere Sachsenhäuser in den Weinbergen gefangen, konnten aber nicht in Sachsenhausen eindringen. Im März 1389 sandte der Frankfurter Rat Nachrichten und Bitten um Beihilfe an die verbündeten Städte. Doch ohne Erfolg, man schickte eine Gruppe von elf Gesellen unter der Leitung des Feuerschützen Heinrich Becker aus Niedererlenbach in den Kronberger Wald, um Bäume zu fällen oder zu schälen. Ziel waren wohl die heute noch bestehenden Edelkastanienhäine, auch ein Hof in Warlau und ein Haus in Höchstadt wurden verbrannt. Im Mai 1389 entschloss sich die Stadt zu einer größeren Offensive. Ein Bürgeraufgebot von etwa 1500 bis 2000 Mann wurde zusammen mit wenigen Söldnern ausgerüstet und am 13. Mai gegen die Burg Kronberg gesandt, die als Sitz mehrere Raubritter galt. Die Streitmacht bestand aus den Angehörigen der vornehmen Ratsgeschlechter mit ihren Knechten, darunter Johann, Hermann, Henne und Siegfried von Holzhausen, Henne von Glauburg, Henne und Heinz Froschkonze zum Römer, Hene von Marburg, Heinrich Wissi zum Repstock, Wiegel, Weidenbusch und Ruhlschweinheim sowie der Schultheißwinter von Vasen. Die große Zahl der Fußtruppen stellten die einzelnen Zünfte, die ihre Zunftfahnen mitführten und unter dem Befehl des älteren Bürgermeisters Jekyll Lenzel standen. Die Truppe wurde von Stadthauptmann Philipp Räder von Höhenstein kommandiert und rückte unter dem städtischen Banner aus. Um nicht zu früh vom Turmwächter der Burg gesehen zu werden, marschierte die Truppe nach dem Niederübergang bei Rödelheim über Sulzbach und Niederhöchstadt. Obwohl die Burg nur schwach bemannt war, unternahmen die Kronberger einen Ausfall. Sie wurden zurückgeschlagen und einige von ihnen gefangen genommen. Wenigstens gelang es Boten zum Pfalzgrafen nach Oppenheim zu senden. Während die Frankfurter Streitmacht die Burg einschloss wurden ein 150 Glevenkurpfälzischer Reiter und auch ein harnauisches Hilfskontingent entsandt. Die Nachricht machte eine Fortsetzung der Angriffe gefährlich. Deshalb lagerten die Frankfurter am 13. und 14. Mai noch auf Kronberger Gebiet, schickten ihre Gefangenen nach Frankfurt und fuhren mit den Brandstiftungen und Schälungen im südwestlich von Kronberg gelegenen Wald fort. Am 14. Mai 1389 griff die Vereinigte Streitmacht der Pfälzer, Hanauer und Kronberger nach Kirchner insgesamt etwa 430er, die Frankfurter Bayersporn an. Dabei erwiesen sich die zahlenmäßig größeren städtischen Aufgebote den Kronbergern und ihren Verbündeten, darunter adlige Berufssoldaten, als deutlich unterlegen. Die Limburger Chronik berichtet. Da waren die von Frankfurt ausgezogen mit mehr als 1500 wohl ausgerüsteten Leuten mit Hauben, Hanischen und Beinschienen und trafen vor Kronberg auf die Feinde. Die Feinde waren die von Kronberg. Sie hatten etwa 100 Ritter und Edelknechte und die Mannschaft des Fleckens Kronberg. Und sie schlugen die Frankfurter, sodass mehr als 100 erschlagen und mehr als 600 gefangen wurden. Also schlug der kleine Hauf den großen Hauf nieder. Das war nicht Wunder, denn der große Haufe flohe und der kleine stritte. Oh Frankfurt! Frankfurt! Gedenke dieser Schlacht! Nach Kirchner hielten die Frankfurter ihre Glieder während des ersten Aufeinandertreffens in guter Ordnung und warfen den Kronberger Ansturm zurück. Erst der Angriff der kurpfälzischen Reiter, die Sonne und Wind im Rücken hatten, brachte einen Flügel der städtischen Streitmacht ins Wanken. Schließlich gelang es den beim ersten Treffen gefangen genommenen Kronbergern, sich ihrer Waffen zu bemächtigen und sie gegen ihre Beewatscher zu wenden. Ihr erneuter Angriff diesmal in den Rücken der Frankfurter, führte zu einer regellosen Flucht des Frankfurter Fußvolkes, die schließlich auch die Frankfurter Reisigen mitriss. Die Frankfurter hatten 40 bis 100 Tote, etliche Verwundete und mindestens 612 Gefangene zu beklagen. Drei Rüstwagen und das Stadtbanner gingen verloren. Unter den Gefangenen befanden sich auch Ratsherren und zwangsrekrutierte Mitglieder der Zünfte, vor allem Metzger, Schlosser, Schuhmacher und alle Bäcker der Stadt. Die relativ geringe Zahl an Gefallenen gegenüber den Gefangenen erklärt sich aus der regellosen Flucht sowie der Tatsache, dass für letztere ein Lösegeld gefordert werden konnte, dass die Kronberger und ihre Verbündeten nicht unverzüglich die Stadt angriffen, die den größten Teil ihrer Verteidiger verloren hatte, ist möglicherweise auf die hereinbrechende Nacht zurückzuführen. Folgen Kronberg nahm 612 Gefangene, von denen 218 nach Kronberg, 166 nach Hanau, 89 nach Windhecken, 110 nach Babenhausen, 27 nach Umstadt sowie 2 nach Lindenfels verbracht wurden. Um die Gefangenen auszulösen, musste Frankfurt die Summe von 73.000 Guldengut von Golde VND von Munzeswehr von Gewichte unter Benennung von zahlreichen Bürgen aufbringen. In sechs Terminen zahlbar den ersten Martini 1389 mit 13.000 Fl und dann jedes Jahr bis Walpurgis 1394 12.000 Fl. Hinzu kam der Frankfurter Anteil an 60.000 Gulden Reparationsforderungen des Städtebunds sowie Ansprüche geschädigter Dorfbewohner und des niederen Adels. Insgesamt betrug die Schuld etwa das Doppelte der jährlichen Durchschnittseinnahmen der Stadt, die über kein Barvermögen verfügte. Die zur Deckung der Verbindlichkeiten aufgenommenen Schulden waren deshalb noch über 100 Jahre später nicht vollständig getilgt. Besonders wichtig für die Stadtgasse wird gewesen sein, dass die Messen ungestört stattfinden konnten. Mit den ehemaligen Gegnern der Kronberger Fähde schloss Frankfurt später Bündnisverträge ab. Ulrich von Hanau gewährte der Stadt 1394 ein Öffnungsrecht für seine Burgen im gemeinsamen Kriegsfall bei gegenseitiger Kriegshilfe. Ebenfalls 1394 verpflichtete die Stadt Hartmut von Kronberg für zwei Jahre als Amtmann von Bonnese Nieder-Ellenbach Durke-Will. Sulzbach und Soden mit Wohnsitz in der Burg zu Bonnese. 1395 schloss sie ein Bündnis mit Johann von Kronberg. 1398 sicherte Frankfurt sich ein Privileg König Wenzels zum Bau der Frankfurter Landwehr, die das direkte Vorfeld der Stadt im Falle kleinerer kriegerischer Auseinandersetzungen schützte. Die Beteiligung an Fäden war in der Folgezeit aber nicht rückläufig, wobei die Stadt nur noch zweimal als Fäde eröffnender auftrat. Die übrigen 107 Mal wurde der Stadt die Fäde erklärt. Die Gegner wussten vermutlich genau um die geschwächte Situation der Stadt. Frankfurt setzte jedoch Stadt auf militärische Mittel künftig stärker auf die Macht des Geldes und der Verträge, indem sie die umliegenden Art liegen nach und nach in ein Geflecht von gegenseitigen Abhängigkeiten und Verpflichtungen einbezog, das die städtischen Interessen, insbesondere die Handelswege und Messen, letztlich effektiv schützte. In politisch ließ sich der in der Mehrheit aus Patrizien bestehende Rat 1390 eine Verfassungsänderung von König Wenzel genehmigen. Der Rat wurde von 43 auf 63 Mitglieder vergrößert, von denen immer jeweils lediglich 21 im Wechsel für ein Jahr den sitzenden Rat, eine Art Exekutive bildeten. Da die Ratsherren nur durch Sitzungsgelder bei tatsächlicher Anwesenheit entlohnt wurden, war dies eine wirksame Sparmaßnahme. Die übrigen Ratsherren wurden als Legislative bei wichtigen Entscheidungen konsultiert. Ab 1396 wurden infolge einer Rachtung jährlich drei statt bisher zwei Bürgermeister gewählt, davon einer aus der Schöfenbank, einer aus der Gemeinde und einer aus den Zünften. Erst 1408 war die Krise infolge der Kronberger Fähde so weit überwunden, dass die Stadt offenbar mit Zustimmung der Bürger ihre Notstandsverfassung wieder aufgab und zur früheren Verfassung zurückkehrte. Dies geschah durch kollektiven Austritt von 20 Ratsherren. Auch das Amt des dritten Bürgermeisters entfiel künftig wieder. Es gab bzw. gibt verschiedene bildliche Darstellungen der Schlacht bei Eschborn. In einer Erbteilung von 1434 wird das Gewirkt-Duo das der Streitheißet erwähnt. Der von Leasna erwähnte große uralte Teppich worauf die Schlacht gewirkt war in der 1692 aufgestellten Inventarliste der Burg schon nicht mehr aufgeführt. Allerdings ein Gargroß-Schilderei worauf die zwischen den Frankfurtern und Kronbergern fürgegangene Schlacht dargestellt war, die wohl um 1500 zum Gedenken an die Schlacht angefertigt wurde wie auch ein weiteres das sich seit Anfang des 19. Jahrhunderts im Historischen Museum befindet. Nachdem es nach den Revolutionswirren und der Auflösung von Kur-Mains bei Johann Karl von Fichert ländete, der es zunächst der Stadtbibliothek überreignete. Eine weitere Kopie fand sich im Nachlass des Historikers Benedikt Jakob Römer-Büchner, von dem allerdings angenommen wird, dass es sich um ein vom Mainzer Kurfürsten 1728 in Auftrag gegebenes Werk handelt. Nach einer Frankfurter Sage hat ein Ritter von Kronberg aufgrund einer Begebenheit in der Schlacht seinem Wappen die Eselsohren als Helmzieher hinzugefügt. Nachdem sein Pferd erstochen worden war, soll er sich mangels eines anderen verfügbaren Reittieres auf einen Esel gesetzt haben, der ausschlug und ihn vor Schreck mitten in der Schlacht gedümmelt ruck, was angeblich zum Sieb der Kronberger geführt hat. Tatsächlich zeigten einige Ritter von Kronberg aber keine Eselsohren, sondern im Wappen sogenannte heretische Büffelhörner auf dem Helm. Schiefer Wald 2014 pflanzten die Hamburger Künstler Ulrich Gent und Heike Mutter 26 Bäume auf einen ehemaligen Acker in Schieflage. Die Bäume werden durch Stahlhalterungen unterschiedlicher Formen in Schräglage gehalten. Das Kunstwerk Schiefer Wald soll an die Schlacht bei Eschborn erinnern.